So hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es ein kleines Tutorial, wie man das Dual-Wielding, also das zweihändige Handeln von Werkzeugen und Waffen am besten handhabt. Und es gibt dazu einige kleine Tipps. Ich bin mal durch die Liste durchgegangen, hab mir ein paar Items angeschaut und ich hab mal versucht die sinnvollsten Anwendungen aktuell für den aktuellen Snapshot, aber ich weiß nie was sich noch ändert, herauszufinden. Vielleicht gibt es noch Schilde, die dazukommen. Ich gebe auch mal stark davon aus, da hier die Slotform des Dual-Wielding-Gegenstandes eigentlich eine Schildform ist. Aber eventuell wird das vielleicht später im Verlauf dazukommen. Nichtsdestotrotz kann man trotzdem noch einige nützliche andere Sachen jetzt raussuchen, die man damit schon machen kann. Und viele haben halt gemeint, ja was bringt das denn, man kann ja nicht mit zwei Schwertern schlagen und so weiter und so fort. Ja, das ist der Sinn der Sache, weil das Schwert wäre noch ein bisschen OP. Man kann jetzt halt nur mit einem angreifen, mit einem blocken, das andere Schwert macht da drüben rein gar nichts. Das liegt aber einfach daran, dass die Funktionsweise nicht ganz verstanden wurde, was der Sinn dahinter ist. Und zwar geht es darum, für den Gegenstand, der zum Beispiel, zum Beispiel der Pickaxe hat, keine Möglichkeit hat, dass man da Rechtsklinken machen kann, dann wird die andere Hand priorisiert. Also die Hände werden priorisiert, je nachdem, was man drin hat. Die rechte Hand halt zuallererst und wenn das halt ein Gegenstand ist, mit dem man Links- und Rechtsklinken machen kann, dann wird die andere Hand überhaupt gar nicht erst hinzugezogen. Und jetzt aber die Sache, ja wo ist denn dann der Sinn darin, was kann man damit machen? Pass auf, es gibt einige lustige Dinge, die man machen kann, zum Beispiel, naja erkennt es halt, wenn ihr euch irgendwo hochbuddeln wollt oder hochstacken wollt, macht ihr das so. Böp, böp, böp. Und wenn ihr runter wollt, springt ihr wieder runter. Aber eventuell kann es halt manchmal sein, dass man sich hochstacken will und dann wieder gerne öfters hoch und runter möchte. Und dann kann man jetzt folgendes machen. Siehst du, mit dem F-Key kann man das ja rüberschieben, wie immer. Und dann kann man sich praktisch gleichzeitig hochbauen und Leitern setzen, während man sich hochbaut. Und das geht so, Klick, Rechtsklick drauf und wieder Rechtsklick, dann hat man ja die Leiter dran gemacht. Dann kann man ja Rechtsklick, 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 Rechtsklick. Wenn du einfach nur die Rechtsklick-Taste gedrückt hältst, baust du automatisch vor dir eine Blockreihe auf mit Leitern dran. Das liegt halt daran, dass du Leitern nur an Blöcken platzieren kannst. Du hast die in der priorisierten Hand. Hier oben kann ich keine Leiter setzen, also wird die linke Hand beansprucht. Und wenn der Block dann da ist, dann kann ich die Leiter endlich setzen. Aktuell ist gerade kein Block da, also kann ich den Block setzen. Jetzt ist aber ein Block da, jetzt kann ich die Leiter setzen, also kommen die Leiter hin. Und so können wir uns praktisch ewig nach oben butteln und können ganz geschmeidig hoch und runter gehen, wie wir das präferieren. Es kann sein, wenn man es ein bisschen zuhassig macht, das behindert sich aus, wenn man noch was baut. Muss mal gucken, mit dem richtigen Timing geht das. Das ist ja jetzt zum Beispiel eine interessante Anwendung davon. Okay, dann als zweites oder als nächstes auf meiner Liste hätte ich noch Folgendes anzubieten. Und zwar, das Übliche mit der Pickaxe und Fackel kennen wir ja schon. Ich glaube nicht, dass ich das ein bisschen genauer, dass ich das noch genauer eingehen muss, weil ich habe das ja schon mal am anderen Snapshot-Dings gezeigt, wenn wir mal meinen, dass einfach Fackel setzen. Dann, blub, 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 Fackel, blub, 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 Fackel. Okay, dann als nächstes, was auch noch eine eventuell recht interessante Anwendung wäre, ist folgende. Ich ziehe die mal kurz wieder raus, nämlich, wir können Seeds und Bone Meal benutzen. Das heißt, wir nehmen die Seeds und schieben es in die Offhand. Und das Bone Meal haben wir normalen halt drin. Und ihr kennt es ja mal, Seed setzen, wechseln, Bone Meal hochzüchten, Seed setzen, wechseln, Bone Meal hochzüchten und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Hier allerdings ist es so, man kann Bone Meal nicht auf Ackerland setzen. Deswegen passiert das mit der rechten Hand. Allerdings haben wir in der linken Hand, allerdings haben wir in der rechten Hand das Bone Meal. Und da jetzt gerade hier Sachen drin sind, wird das wieder priorisiert. Setzen, pflanzen, setzen, pflanzen, setzen, pflanzen. Und damit wird so ein kleines bisschen Arbeit auch erleichtert. Man muss nur ein bisschen fassen, Ideen, Ideen haben, wo es halt sinnvoller ist. Anstatt da ewig rumzuwechseln, züchten wir das einfach mit beiden Händen hoch. Gut, warum auch nicht. Dann als nächstes, eventuell, was auch noch sinnvoll wäre. Folgendes. Indem man eine Waffe und einen Potion nimmt. Zunächst erstmal kann man vielleicht folgendes versuchen. Im Normalfall kämpfen wir mit Schwertern. Das heißt, mit Schwertern können wir keine Potions werfen. Jetzt kann man ja die Sache machen mit dem Quick Hotkey hin und her switchen. Oder macht es einfach einfach. Die F-Taste, die manuell oder die eigentlich ja die Waffen switcht oder die Werkzeuge tauscht aus beiden Händen. Oder die Gegenstände tauscht aus beiden Händen. Ist ja die F-Taste und die ist direkt neben der D-Taste. Da kann man ganz einfach mal drücken, werfen, zurückswitchen. Bam. Jetzt bin ich wieder auf Schwert. Ganz normal Schwert. Kämpfen, 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 kämpfen. Switchen. Zurückswitchen. Das heißt, einerseits macht man das jetzt mit sozusagen Quick-Switchen im Kampf. Wird es wahrscheinlich eine neue Option. Ich bin zwar kein PvP-Spieler, aber keine Ahnung. Vielleicht bestreite ich gerade den Weg einer neuen Technik oder so in der Art. Dass man einfach die F-Taste drückt, wirft, wieder zurückhaut. F-Taste wirft. Das kannst du richtig schnell machen. Das geht schneller, wie als wenn du oben die Hotkey-Taste machst. Bist am Kämpfen, 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 Potion, Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Das geht instant. Oder man macht es so, dass man zukunftsmäßig halt eventuell auch mit anderen Gegenständen kämpft oder andere Gegenstände mehr als Waffen sich holt. Nämlich zum Beispiel Äxte. Das heißt ja, wenn der Haupt dann macht ja auch hier sechs Angriffsschaden. Das ist eins weniger als ein Diamantschwert. Und der Dia-Ax hat dementsprechend so viel Angriffsschaden wie ein Eisenschwert. Ein Eisenschwert hat sechs Attack-Damage. Dia-Ax jetzt zum Beispiel auch sechs Attack-Damage. Also würde ich mit der Dia-Ax rumlaufen. Und hier kann ich ja Folgendes machen. Da die ja keinen Rechtsklick-Effekt hat, wird der Potion geschmissen. Also kann man zum Beispiel Kämpfen, Potions schmeißen, Kämpfen, Potions schmeißen, Kämpfen, Kämpfen, Potions schmeißen. Und so weiter und so fort. Immer wann du willst. Nachteil ist halt, Potions kann man nicht stacken. Deswegen muss man halt gucken, wie man es macht. Eventuell kann man es ja so machen, dass wenn jetzt mal angenommen wir einen Potion geworfen haben. Jetzt so Rechtsklick, Potion ist weg. Kann man ja einfach eins weiter nach hinten scrollen, F drücken und wieder zurück scrollen. Hat man ihn wieder ausgerüstet. Perfekt. Das heißt, ein kleines Beispiel. Okay, Potions geschmissen. Zack und wieder zurückgeswischt. Haben wir sofort wieder drin. Das bedarf halt ein kleines bisschen Übung. Aber für diejenigen, die jetzt schon gut in PvP sind, für die soll das kein Problem sein. Ab sofort also Potions in der Offhand. Kannst du werfen, wann du willst, wie du willst. Passend. Okay. Dann als nächstes gibt es auch noch eine kleine Möglichkeit. Und zwar, wenn man sich mal in sehr bedrohlichen Situationen, findet, kann man ja auch folgendes machen. Zum Beispiel in der Höhle und ähnliches. Und man hat halt gerade ein Mob, was einfach folgt. Dass man in die rechte Hand einfach die Chorus-Root reinsetzt. So kann man sich dann, wenn man halt dann jetzt... Ups, ich muss ein Game-Mod 0 nehmen. Ein Game-Mod 0 ist und dann mit Drohling, sie wird es einfach die Chorus-Root essen. Plupp. Und dann ist mal Siaz-Haber mal kurz weg-teleportiert. Ist halt jetzt nach der PvP. Das hat auch der Entwickler mal auf Twitter geschrieben, dass er sich da ein bisschen ransetzt und guckt, wie er das löst. Äh, da man sich ja so richtig einfach, äh, ja, aus der Gegend ziehen kann. Also ob das sicher ein Finale ist, weiß man noch nicht. Allerdings, wenn man jetzt mit Drohling, oh, fast, ich sterbe gleich. Einfach mal kurz sporten, Glück landet man halt auf dem Baum hier oben zum Beispiel. Oh, 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 oh. Alles gut, alles, alles happy, alles, alles gut. Von daher ist das so eine Art Quick-Safe für diesen, äh, Slot hier an der Stelle. Gut. Dann als nächstes hätten wir auch noch eine weitere Geschichte. Und zwar ist das, ich höre den Game-Mod, ist das, ähm, der Bogen und die Pfeile. Wie wir wissen, werden, wenn halt nur eine Pfeile hat im Inventar priorisiert ist, diese, ähm, priorisiert, äh, oder diese genommen halt. Äh, Quatsch. Wenn nur eine Pfeile hat, die sich im Inventar befindet, dann werden diese halt genommen. Priorisiert wird diese, die am nächsten hier vorne drin ist. Allerdings kann man es natürlich auch so machen, dass wir einfach die Pfeile in den Hotkey-Slot reinschieben. Dann werden diese logischerweise auch immer genommen und priorisiert an der Stelle. Ist vielleicht, äh, ja, auch sinnvoll und auch gut zu wissen. Das heißt, man kann diese auch halt im Pfeile-Slot stellen. Da weiß man immer, dass genau diese ausgewählt werden. Alternativ halt, wenn sie vorne erst an der Stelle sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, Pfeile oder hier die ersten Slots für andere Sachen von euch reserviert sind. Zum Beispiel für, äh, ja, ich hab halt immer Spitzhacke, Schaufel, Schwert und Axt. Oder Axt und Schwert. Erst die drei Werkzeuge, dann der Schwert. Das ist halt mein Standard-Setup, wie ich den so gewohnheitsmäßig hab. Dann, äh, ja, müsst ihr halt hier irgendwo Pfeile drin haben. Oder wenn ihr generell einfach Platz braucht, haut es den Offense-Slot. Und dann wisst ihr mal genau, dieser Pfeile wird ausgewählt. Dann seht ihr genau, in welcher Munition ihr schießt. Okay. Dann als nächstes, ähm, was auch passend ist eventuell, dass wenn wir in den Offense-Slot einfach für Kämpfe und anderem halt keine Potions drin haben, sondern goldene Äpfel, dann hat man zumindest schon mal ein Problem weniger. Man kann halt kämpfen und genau dann, wenn man es braucht, einerseits halt essen oder halt sich einen goldenen Apfel reinpfeifen. Ja, ich bin jetzt wieder im Game-Mod 1, deswegen hier im Soll-Mod. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Potion, äh, Potion oder einfach Apfel. Dann dann und weiter kämpfen. Und wieder Apfel. Und das ist besser, wenn du rumswitchst, Apfel holst, wieder zurückswitchst. Gut. Als nächstes, was habe ich noch auf der Liste? Auf der Liste habe ich noch, ähm, ja gut, das, was ich schon mal mit angesprochen hatte, nämlich eine Minimap, so nach dem Motto, sieht dann so aus. Man kann sich die Karte halt craften und in dieser Offense ist die auch kleiner. Wenn ich das in die normale Hand schiebe, ist die Karte wieder groß. Es war nervig, kaum praktikabel, nicht nutzbar. Aber in der zweiten Hand sieht das so aus. Ich habe die Karte mal für Maximum gecraftet und sahen wir da unten praktisch jetzt eine kleine Minimap. Und so können wir immer sehen, wo wir sind. Eventuell vielleicht auch praktisch für diejenigen, die Orientierungsschwierigkeiten haben und sich auch auf dem Weg zum Kühlschrank verlaufen oder so. Deswegen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Als nächstes, ähm, was auch noch eventuell nützlich ist, ist, wenn wir uns in der Hölle befinden und ein bisschen am Rumbuddeln sind und wenn wir dann einfach mal einen weiteren Block in der rechten Hand haben. Weil wie ihr wisst, ist es in der Hölle so, dass Lava extrem schnell fließt. Und wenn man Pech hat und nicht rechtzeitig sich zubuddelt, dann hat man da ein Problem. So kann man dann halt buddeln ohne Problem und sobald irgendeine Gefahr kommt, Block setzen und einfach dicht machen. Okay, ich habe jetzt nur einen Block gehabt wegen, ähm, Survival-Mode. Aber einfach hinsetzen, oh, da kommt was gefertigt, bam, 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 zubauen, fertig. Und man hat weiter die Pickaxe, um sich die Risch wieder vorzubuddeln oder sonst irgendwas. Aber darum geht es auch, man kann sich damit recht schnell absichern. Also immer irgendeine Sicherheit in der zweiten Hand zu haben. Gar nicht mal so schlecht. Dann als nächstes auf der Liste habe ich auch noch eins. Auch nochmal für den Kampf eine gewisse Geschichte. Und zwar zum Beispiel, wenn man eine Axt hat und in der Offhand einen Wassereimer. Das heißt, oder Pickaxe oder Schwert oder ähnliches. Einerseits mit Quick-Switchen kannst du halt einmal wieder wechseln, wieder zurückhauen. Dann hast du Schwert wieder. Oder halt, nimmst gleich einfach, falls du eine Axt als Gegenstand oder als Waffe hast, dass du einfach einen Rechtsklick dich sofort löschen kannst. Du hast eine eingebaute Rechtsklicklöschung. Das heißt, wenn du, man kennt es ja, wirst tapst ein Lava, wirst angezündet oder ähnliches. Und du musst dann schnell auswählen, Wassereimer ist da. Quick-Switchen, Wassereimer setzen, Wassereimer aufheben, zurück-Switchen. Und statt das zu machen, musst du einfach unten gucken. Rechtsklick, Rechtsklick. Zweimal Rechtsklick. Bam, bam, gelöscht. Und das ist, denke ich mal, eine wesentlich starke Vereinfachung. Genauso wie bei dem Schwert. Einfach dann switchen, löschen, wieder zurück-switchen. Dann kannst du wieder kämpfen. Kämpfen, 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 switchen, plapp, plapp. Und zurück. Ja. Na, jetzt habe ich hier halt, ne? Puh. Plopp. Einsammeln. Okay. Ups, jetzt habe ich ihn wieder getauscht. Ja, gut. So. Durchaus praktikabel, oder? Äußerst hilfreich. Genauso geht das auch mit dem Lava-Eimer. Brauche ich jetzt nicht zeigen. Eimer ist Eimer. Und was auch ganz gut funktioniert, oder was interessant an der Stelle ist, ist Feuerzeug. Das heißt, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Anzünden, anzünden, anzünden. Kämpfen, 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 anzünden, anzünden. Auch jetzt gibt es schon jede Menge PVP-Features. Anzünden, anzünden. Kämpfen, 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 kämpfen. Versperrt halt. Zum Schluss halt switchen. Zurück-switchen. Bam, 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 bam. Und die Switchen mit der F-Taste ist für mich zum Beispiel auch wesentlich einfacher. Wie wenn ich hier oben in den Hotkeys rum. Oh, ist das jetzt die 4? Ist das jetzt die 3? Ist das richtig? Einfach neben dem D auf die F-Taste drücken. Warum nicht? Eine kleine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist. Wieder eine Sache für den Game Mode 1. Und zwar, ich habe mal das Problem, dass ich mir eine bestimmte Pferdeart spawnen möchte. Weil ich halt gerade ein weißes Pony oder so will. Und das Problem ist immer, dass jede Menge Pferde spawnen, die alle killen. Dann wieder spawnen, wieder kill. Ich mache es mir so ein kleines bisschen einfacher. Nämlich einfach jetzt hier eine Axt nehmen. Rechtsklick. Nö, will ich nicht. Kill ich. Und muss ich einfach nur rechtsklick machen. Kill ich. Ah, das ist schon das weiße Pferd. Aber beispielsweise halt, wenn man, keine Ahnung, dann will ich halt jetzt ein braunes Pferd haben. Okay, passt jetzt nicht. Deswegen, ich fand es irgendwie praktikabel. Da muss ich nicht immer, ich habe immer so 5, 6 Pferde gespawnt. Ich wollte nicht eins spawnen, killen, spawnen, killen, spawnen. Weil ich die ganze Zeit wechseln, 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 wechseln musste. Und die Sache hat sich jetzt. Nämlich einfach hier rechtsklick. Nö, rechtsklick. Nö. Alter natürlich auch Kill. Kann sich ja stärker, Effekt oder geben oder irgendwas. Dann ist es nicht auch weggekloppt instant. Das ist allerdings eher was weniger wichtig ist. Das war jetzt nur so ganz spontan, was mir noch eingefallen ist. Wo ich vielleicht gedacht habe, ja, das habe ich immer anders gemacht. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen einfacher. Egal. Damit wäre es also praktisch so eine kleine Übersicht gewesen zu dem Dual-Wilding, was man damit anstellen konnte. Ich hoffe, es war hilfreich. Und falls euch noch was Gutes einfällt, könntest du auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann, ja, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin. Lass krachen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. building. ownerz nic gun. аемh Bis zum nächsten Mal.